Warum darf man als Muslim nicht in die Disco gehen? Die Disco ist ein Ort, der dazu da ist, um Menschen zu verführen und in dem es auch dazu kommt. Frag doch mal jemand, warum man in die Disco geht. Ja, nur um zu tanzen, ist klar. Das ist extra dazu da, um jemanden kennenzulernen. Kannst du doch erzählen, was du willst. Und selbst wenn du es nicht willst, so ist das ein Ort der Verführung, der Sina. Und Allah sagt im Koran, Kommt der Sina nicht nah. Kommt der Unzucht nicht nah. Guck mal, Allah sagt dir nicht, macht keine Sina. Sondern er sagt, kommt der Sina nicht nah, weil Allah den Menschen am besten kennt. Der Mensch, diese Sache, diese Sina, ist ein sehr starker, diese Unzucht, dieses Verlangen nach dem anderen Geschlecht, das ist ein ganz starker Instinkt des Menschen, der den bekloppt machen kann. Können sicherlich einige bezeugen hier. Auf jeden Fall. Und Allah kennt den Menschen. Wenn er sagen würde, macht keinen Sina, dann würde er sagen, ach ja, ich treffe mich mit dir, und gehen wir danach nach Hause, wir können ja sitzen, solange wir nichts machen, ist ja alles nicht so schlimm. Aber er weiß, dass der Mensch wach ist. Und deswegen sagt er, komme dieser Sina nicht nah. Deswegen, alles, was zum Haram führt, ist schon Haram. Vielen Dank.